David Schumacher hielt sich bisher mit Äußerungen über seine Mutter zurück. Jetzt teilt er hart gegen Cora Schumacher aus. Cora Schumacher wetterte in den vergangenen Wochen öffentlich gegen Ralf Schumacher, nachdem der ehemalige Formel-1-Rennfahrer ein Coming-out auf Instagram gefeiert hatte. Punkt neben dem Verhältnis zu ihrem Ex-Mann ist auch das zu ihrem gemeinsamen Sohn David Schumacher angespannt. Punkt die 47-Jährige hatte bereits mehrmals geäußert, dass sie keinen Kontakt mehr hätten, nun bezieht auch ihr Sohn Stellung und rechnet mit ihr ab. Eigentlich habe er sich zu familiären Angelegenheiten nicht äußern wollen, da sie in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hätten, erklärt David Schumacher jetzt in einer Instagram-Story. Seine Mutter bekomme das aber nicht geregelt. Punkt meine Mutter hat leider, schon seit ich denken kann, mentale Probleme, wie man in ihren eigenen sozialen und sonstigen Medien verfolgen kann, mit Höhen und Tiefen. Behauptet David Schumacher und berichtet von dramatischen Erlebnissen, als ich vier oder fünf Jahre alt war, wollte sie mit mir, ich auf dem Beifahrersitz, das Auto gegen einen Baum fahren und alles zu Ende bringen. Punkt eine enge Familienfreundin habe damals die Autoschlüssel versteckt und so Schlimmeres verhindert. Musste in eine geschlossene Anstalt, als er 13 Jahre alt war, habe David Schumacher zudem einen Nervenzusammenbruch seiner Mutter miterlebt. Punkt sie musste umgehend in eine geschlossene Anstalt eingeliefert werden, so der 22-Jährige. Punkt weil er zu dem Zeitpunkt allein und seine Eltern bereits getrennt gewesen seien, sei sein Vater Ralf Schumacher nachts zu ihm gefahren, Ich war so froh, dass mein Papa da war. Punkt im Jahr 2015 habe Cora Schumacher ihrem Sohn, der heute Rennfahrer ist, zudem angedroht, seinen Traum von der Profikarriere zu zerstören, sollte er nach ihrer und Ralf Schumachers Scheidung nicht bei ihr wohnen. Da seine Mutter angeblich jedoch nicht in der mentalen Lage war, sich um mich zu kümmern und David Schumacher nicht in einem Umfeld habe aufwachsen wollen, in dem es den ganzen Tag darum geht, wie schlecht mein Vater ist, habe er sich dagegen entschieden, bei ihr zu leben. Gewaltvorwürfe gegen Cora Schumacher. David Schumacher berichtet in seinem Statement auch von einem Vorfall, bei dem seine Mutter angeblich gewalttätig wurde. Punkt Cora Schumacher habe ihn zu dem Zeitpunkt gegen seinen Willen von Ralf Schumacher abholen wollen. Offenbar kam es dabei zum Streit. Die Situation sei so stark außer Kontrolle geraten, dass wir die Polizei einschalten mussten, da sie ununterbrochen auf meinen Vater eingeschlagen hat. Behauptungen, sein Vater habe ihn gegen seine Mutter aufgebracht, seien falsch. Ralf Schumacher habe immer alles getan, damit sein Sohn eine gute Beziehung zu Cora Schumacher hat. Punkt Papa hat über Jahre immer wieder auf mich eingeredet, dass ich ihr noch eine Chance geben soll, so David. Er habe seiner Mutter mehrmals Chancen zur Versöhnung gegeben. Leider hat es nie geklappt, weil sie immer wieder in ein mentales Tief gefallen und wieder komplett ausgeflippt ist, behauptet er. Dass Cora Schumacher in den vergangenen Wochen gegen ihren Ex-Mann Ralf Schumacher austeilte, empfindet ihr Sohn als absolute Frechheit, meine Eltern sind nun seit neun Jahren geschieden. Bitte lass uns doch endlich in Ruhe und unser Leben leben. Wir lassen dich auch in Ruhe, richtet er sich direkt an seine Mutter. Es sei das erste und letzte Mal, dass er sich zu dem Thema äußern wolle.